Liebe Vorschülerin, lieber Vorschüler, ihr gehört jetzt zu den Kursen. Das heißt, nach den Sommerferien kommt ihr in die Grundschule. In diesem Jahr ist es ein bisschen anders als sonst. Vermutlich habt ihr nicht die Möglichkeit, vorab schon mal in die Schule zu gehen, zu schauen, wo ihr zukünftig unterrichtet werdet und was es dort zu entdecken gibt. Wir haben uns deshalb gedacht, wir wollen euch einen kleinen Einblick über eure Schule ermöglichen und wir haben deshalb diesen Film gedreht. Das heißt, ihr könnt jetzt ein bisschen mit dem Film schauen, na wo geht's denn los nach den Sommerferien und was bietet eure Schule so? Worauf könnt ihr euch freuen? Der Tag der Einschulung, der dann nach den Ferien ist, das ist ein ganz besonderer. Darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen. Das hier, das war ich an meinem ersten Schultag. Die Schultüte fast so groß wie ich, mit lauter Sachen zum Lernen drin. Oder vielleicht auch ein paar Süßigkeiten. So ganz genau erinnere ich mich nicht mehr. Aber ihr werdet euch noch lange an euren Tag erinnern können. Die Schulzeit ist etwas ganz Besonderes und ich bin mir sicher, ihr werdet euch an eurer Schule wohlfühlen. Wir, der Landkreis Bergstraße als Schulträger und viele andere, vor allem eure Eltern, eure Klassenkameraden und eure Lehrer, die werden dazu beitragen, dass ihr eine gute Schulzeit vor euch habt. Also freut euch schon mal, nach den Sommerferien beginnt sie eure Schulzeit. Viele Grüße, euer Christian Engelhardt. Liebe Kinder, liebe Eltern der neuen Schulanfänger, ich möchte sie und euch heute ganz herzlich bei uns an der MGS begrüßen und wir möchten heute auf diesem Weg unsere Schule zeigen. Einige von euch kennen die Schule ja schon, viele waren schon mal da, aber für andere ist es vielleicht auch noch ganz neu. Und deswegen möchten wir heute einen kleinen Rundgang mit euch machen und euch die wichtigsten Räume und die für euch wichtigsten Personen hier bei uns in der Schule zeigen, damit ihr euch hier gut zurecht findet, wenn ihr im August bei uns anfangt. Wir fangen hier auf dem Busparkplatz an, wenn ihr mit dem Bus in die Schule kommt, wenn ihr zu Fuß lauft, kommt ihr vielleicht auch hier an. Hallo liebe Kinder, ich bin der Herr Stocker. Vertrauen ist beim Klettern total wichtig und bei uns in der Schule auch. Und ich bin der Herr Wolf und nicht nur im Sportunterricht geht es bei uns hoch hinaus. Hallo, ich bin Maike Wachendörfer. Ich leite die Vorklasse hier in der Müller-Guttenbund-Schule. Das heißt, ich bin für die Kinder da, die einfach noch ein bisschen brauchen, um in die erste Klasse zu kommen. Und bei mir ist ein spezielles Programm für euch angesagt, für die Kinder, die noch ein bisschen brauchen. Ich freue mich auf euch. Hallo zusammen, ich bin die Frau Kluge und bin hier in einem eurer Klassenräume. So könnte euer Klassenraum aussehen. Ich freue mich auf euch. So, hallo ihr Lieben, ich bin die Frau Stefan und ich freue mich auch schon sehr auf euch. Ich befinde mich hier auf unserem Schulhof und hier wird in den Pausen gelacht, getobt, gesprungen, geklettert und in den Bewegungsstunden auch mit den Fahrzeugen gefahren. Wir sehen uns. Bis dann. Liebe Erstklässler, mein Name ist Frau Limburg und hier seht ihr unsere Bibliothek, in der ihr ganz viele Bücher anschauen und auch ausleiten könnt, wenn ihr dann im Sommer in der Schule seid. Ich freue mich schon, euch alle kennenzulernen. Bis bald. Hallo, mein Name ist Thomas Eichert. Ich bin hier der Hausmeister an der Schule und ich bin der Ansprechpartner hier in den Pausen für euch, wenn ihr eine Verletzung habt oder Kreide braucht oder Schwemmen, dann kommt ihr zu mir. Im Sekretariat ist Frau von der Heid. Sie ruft für euch zu Hause an, wenn es euch mal nicht so gut geht oder ihr den Bus verpasst habt und hilft euch gerne auch bei allen anderen Fahrten. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass alle Kinder, die in der Betreuung angemeldet wurden, einen Betreuungsplatz erhalten. Ich und mein Team freuen uns besonders, dass die Kinder bei uns spielen, basteln, Hausaufgaben machen können. Wir freuen uns auf eine schöne Zeit im neuen Schuljahr. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!